Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Bagbatal. Ein paar Sachen auf dem Weg wollen wir noch mitmachen. Was ist denn hier für eine Squad- oder Hilfe-Quest? Was ist das? Da unten? Ich glaube nicht ganz nach unten. Wenn jemand Hilfe braucht, soll er sich nicht so verstecken. Jetzt will ich erstmal hier in die Berge, da will ich hin. Also schon nach Osten gehen, einfach diesem Weg folgen, das sollte gehen. Kann ich diesen Weg lang gehen oder muss ich dann dann beide gehen? Wie ist die Mönche wegballert, ey? Oi! Ein mich mal. Danke. Meins war es, äh... So, in die Richtung Bäume. Kann ich mal mitnehmen? Sirup-Wurzblatt. Na dann. Wacki, was sagst du dazu? Okay, das kann ich natürlich so ein bisschen geforced, deswegen wollte ich das nicht. Jetzt? Okay. Jetzt hat er gerade abgeklatscht. Weißt du, Wacki kriegt jetzt mal einen Blumenstrauß von mir. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, wie das geht so. Wacki, komm mal her. So, man spricht mit jemandem. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Okay. Reden aus Favoriten. Da hat jemand gesagt, dass man unten rechts dann schenken halt. Vielleicht geht das nur mit NPCs und nicht mit Vasallen. Where to next arisen? Oh, fuck. So geht das nicht. Ich wollte jetzt Wacki dem Blumenstrauß geben. Wacki hat es wirklich verdient eigentlich. Bisschen schade. Vielleicht mal heilen. Danke. Jetzt vielleicht auch. Ich nehme mir ein bisschen Erz ein, eine Troste auch noch. Mach das, Eleonora. 3000 Tacken. Nice. Uh, was ist das denn? Ach. Ich habe hier mehrere schon mal gesehen. Trotzdem cool. Oh, mach mal den Zinkopf mal tot. Was mal los. Den Zinkopf mal ordentlich fertig machen hier. Ja. Ja. Lieber bin. Danke. so ein schwächungs zauber hier weg und eingeschlafen immer jemand danke der riefen kopf ist schon tot, das ist irgendwie ganz cool, das ist eine wirklich coole idee dass die teile und einzelne funktionen haben, dass man gerade versucht hat von dem stein im schwanz das ist ein einzeln funktioniere jeweils er ist halt nicht so schwer der gegner ey das ist nicht so wichtig, das ist eine coole idee, dass man hier halt einzeln bekämpft sozusagen die einzelnen teile und der kampf ruhig noch ein bisschen komplexer sein gegen mehrere finde ich was eigentlich so ein super cooler gegner ist, der kampf ist schon witzig, aber dann könnte man noch ein bisschen mehr rausholen, dann wäre es so richtig so, dass man in der Reihe nach bekämpfen muss oder schon, dass es wichtig ist, welchen man sich ausdruckt, je nachdem wie man ausgerüstet ist oder was man für eine gruppenzusammenstellung hat mh, gerade nicht Ellie, danke sammle gerne einen fauligen goldzahn will ich davon nicht abhalten, wacke will ich mal Eleonora die Maske kuriose Miene zur Ausrüstung das ist unter dem Ausdauer für RCS wenn das schon weg anscheinend war jetzt schon jemand fleißig Skandal so, wie kommen wir jetzt am besten in das Gebiet, wo wir eigentlich hinwollen na, folgen wir weiter der Straße das ist es ist nicht mehr oder weniger als was man hätte erwartet wir finden, dass wir eine Hilfe für sie ich bin sicher ich habe die Brücke ich habe die Brücke 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 muss ich mal aktivieren auch wenn ich ihn gar nicht benutzen möchte weil man kriegt man rift kristalle für 24 30 und juf hier ja so ein bisschen maulig auch jetzt finden wir jemanden müssen so ein downer ist die 20 20 momentan sicherlich nicht alisander vielleicht leo buddy james immer alisander mit ja komm ruhig mit und ophelia ja hier war okay ich den apfel und baum nach oben wo vielleicht sie behalten sollen ich meine gucken sollen vielleicht zaubert er auch waffen zu spät mal wie er sich im kampf schlägt wenn wir sehen die waffen verzauberung von der ophelia waren jetzt nicht so verkehrt das kann man wohl auch machen wenn man hat den kopf von der medus hat aber habe ich ja nicht den kampf in die länge ziehen schauen wir mal kriegen wir schon hin bis jetzt haben die kämpfe gegen die greife mal recht lange gedauert ausgiebigen kampf ausgiebigen oder ausgiebigen aus das Das ist ganz schön cool. Sehen die Fights schon ganz schön cool aus. Ich muss mal wieder landen. Eigentlich müssten die Flügel auch eine Schwachstelle sein. Das ist aber nicht ziemlich klasse, wenn man die Flügel abhauen könnte. Ah, eine Wachversauung. Danke. Das ist eine Wachversauung. Das ist ein Wachversauung. Ich denke, ich habe genug. Jetzt fähre ich mit malen eigentlich. Guck mal, das ist eine Aufgabe von dem Alessander. Und wenn es so tut, kann es sich immer noch angucken, so ist es ja nicht. Vor allem kriegt es. Das war wirklich ganz cool. Ja, voll die Schätze hier gehabt. Der Greif war nicht schlecht. Guck, den kann ich ein Geschenk geben jetzt. Naja, den will ich aber kein Geschenk geben. So, jetzt gehen wir nach Pakpatal würde ich sagen, oder? Einfach Richtung Süden. Uns da ein bisschen südlich halten. Gucken wir mal, ob wir auf dem Weg noch etwas Interessantes sehen. Über die Brücke gehen oder auf dieser Seite des Flusses bleiben? Ich glaube, es ist besser, über die Brücke zu gehen und dann weiter Richtung Süden. So ganz klar ist das auch nicht. So ganz klar ist es, wie ich... Das ist also, wie ich! Sieh jetzt nicht. Das ist 놀라ig, was die Brücke ist. Das ist so, was ich nicht. Das ist doch nicht. Ich bin, was's. Ich bin. Bonusschaden dann eben von hinten angreifen. Ich bin wieder bei Laden. Die Feder da, was? 0,3 Kilo. Ich habe echt nicht viele schwere Sachen dabei. Man ist so viel mit Inventar-Tetris beschäftigt die ganze Zeit. Wenn man so unglaublich viele Sachen bekommt. Irgendwie. Man bekommt wirklich so viel Kram. Ich habe meine Ausrüstung und sonst nur ein paar Konsumables und Verbesserungsgeschichten. Aber man ist halt bis zum Rand voll mit dem ganzen Müll. Und das ist jetzt aber keine interessante Entscheidung oder irgendwas. Hat eigentlich die Ophelia die ganzen Shit mir gegeben. Ich dachte, es ist da nicht in der Truhe gelesen. Vielleicht auch nicht. Bisschen was erklären, ob sie zu überladen sind. Das sieht sehr cool aus. Was soll ich denn für mich? Was soll ich denn für mich? ich habe auf dem rücken gelandet manchmal ganz cool war das wacke ruhe du schwein las wacke los ja dann auch was machen hier ich war abspringen am bein festhalten dass der umfeld nein au da war die sander ist er gar nicht das ist ein ausdauer kann man aufladen Ah, ich bin grad ... was krass, hm? Kann sie wohl auch sich selber heilen, wenn man im Griff ist. Au, au, au. Okay. Will das kurz loswerden? Sehr gut, Bucky. So, der Verzögerung mach ich ja so blöd, dass man sich ja nicht gut festhalten kann, wenn er eigentlich schon auf dem Rücken ist. Jetzt krieg ich das nicht gut hin. Immer schon in den Kopf. Woher habe ich diesen kleinen Träger gemacht? Was hast du gemacht? Du bist in den Mitteln! Warum nervt die denn jetzt hier nach oben? Aber ist hack ... Was haben Sie nicht gedacht, wenn die abgelenkt sind, können die irgendetwas eingreifen? Scheiße jetzt, ne? Der Große ist nämlich tot. Gut. Ja, mach halt. Danke. 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 Danke, Herr. Mondsicher. Dolche gefunden. Brauch ich im Moment nicht, aber sind wir ja nicht verkehrt. Wir haben irgendeinen hässlichen Effekt, der uns langsamen Lebenspunkte kostet. Wenn verschiedene Statuseffekte sind, muss ich die immer im Trank wegmachen. Ob ich jetzt noch rausfinden, was das ist? Sehe ich das denn irgendwo? Status. Da. Vergiftet. Ja, haben wir doch bestimmt was. Schwächungen. Ist das ein Gift? Auch eine Schwächung? Schlaf, Ohnmacht, Verstummt, Laterne. Vergiftet sich dabei. Stärke und Magie. Jetzt auch gerade nicht so wichtig eigentlich. Wir könnten auch irgendwo mal rasten, zum Beispiel hier vorne. Du bist wirklich nicht so wichtig. Schlaf, Komm schon. Wir sind nicht so wichtig. Wir sind nur noch ein Blut. Wir haben uns ein Blut. Wir haben uns ein Blut. Wir sind ein Blut. Wir sind wirklich ein Blut. Wir haben einen Blut. normales heilen hier schauen dann der bar vom netz mal noch anhält aber immer verloren geht wenn man rastet so aus war mein test so nah beieinander liegen vielleicht mir geht es mit der zeit einfach oder durch das rasten waki waki läuft schon weg so schäuert Eine Quitte. Jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Au. Danke, Elemora. Danke, Elemora. Das steigt doch echt einigermaßen fixer Level auf. Ein bisschen Zeug einsammeln. Entmalet ja schon der nächste. Ich kann es nicht nehmen. Ich werde es jetzt sammeln. Es wäre ein Schwer. Fast. Ja, das Gift nervt wirklich ein bisschen. Also es wird echt viele Trashmobs. Lärm machen oder was? Oh, jetzt steigen sie denn da hinten. Hm. Ja. 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 Das war's für heute. die schaustelle ist unten in der sohle jetzt sollen das jetzt dafür ist die sohle einhauen der arme ist gerade nicht verwundbar danke nein halte ich da fest die nix schnell zum arm nein ich habe mich nicht schnell genug geheilt ich habe keinen stein ich will es auch mit der heilung nicht man kann auf null hp sein ganz oft wenn man dann heilung spammt stört man irgendwie auch nicht das habe ich jetzt nicht gemacht dann war es das dann haben wir noch eine chance auf null hp fällt einfach heilung zu spammen und zu überleben ein bisschen ungewöhnliches oh Gott ist nicht so schlimm jetzt müssen wir den kampf noch mal machen nein so 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 Es ist nicht wie wir das benutzen, aber wenn, das geht. Ich denke, es wäre die größte in den Kampf. Bearmaster! Knackers! Isis ist unser Alli gegen so vieles. Wir wollen das dann, und sieben. Let meine Magicks grant you an Elemental Boom. Oh, ja! Die! Ah! Ah! Achiller! This... Acheier ... Ah, viel, Geld spest! Ich bin glücklich, dass ich im Service bin. Gut gesehen. Das war super. Wo ist ein Steingudem hin? Wir wollen auch hier bei den Ruinen freuen. Oder? Da ist noch eins weiter. Da ist noch ein bisschen weiter. Er greift da hinten. Ah, hier war das. Ich bin ruhig gegen den Kämpfer ein bisschen nervig. Oh, was hast du denn? Ich hätte mich denn da runter geschossen gerade. Holy shit. Ich bin vorbei. Ich habe mich mit meinen Nachrichten. Ich bin mit den Maury. Was ist das? Stelle ich mal hin. Das ist eine Ausdaueraufgabe. Halt ich mal fest. Wir sind mal schon auf die Schlossständer, Jungs, ne? Sehr gut. Ich will die nicht umwerfen. Ah, ich hab's probiert. Ich hoffe, der Greif kommt sich nicht mit in den Falt. Äh, ist das zu weit? Fuck, weiß nicht. Scheiß Greif, ey. Ich schau weiter runter. Werden ihn gleich. Der letzte Fachpunkt ist nur noch am Bein. Kann ich ihn umwerfen. Komm. Ah, nicht wirklich. Jetzt. Okay, der ist hinüber. Wo ist denn die Eleonora? Warum trägt die... Lass dich doch mal bitte liegen. Ich kann ja greif es nicht wieder ab. Hau gerade. Und... Und... und immer weitermachen jetzt das kann schon viel ausdauern trotzdem noch besonders kannst du wieder aufhören ach hierhin ist das der gleiche von vorhin oder was was soll denn das wir haben doch schon gekillt noch ein bisschen lahm vom spiel wir sind jetzt einfach zu dem gleichen Ort geflogen da ist jetzt ein Nest wenn man zum ersten mal hinkommt hat man wenigstens einen Schatz aber jetzt ist einfach der gleiche von vorhin wie lahm ist das denn sehr schön gemacht jetzt hat er noch den Kopf einzuschlagen ist mir ein guter Move von irgendjemandem ok jetzt nicht abspringen also es ist wirklich das gleiche Nest von vorhin deswegen ist ja auch nichts mehr drin wie lahm ist das denn jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen schade neues Nest wäre ganz interessant gewesen vielleicht wir sind nicht schon alle von den Leuten respawnt weiß nicht wie schnell das geht wäre so spannend es diese Trashmobs zu bekämpfen auch nicht möchte eigentlich nach Backbattal jetzt endlich könnte ich mir auch mal dann so ein Stein aufstellen den ich habe aber ist jetzt scheint es aber hier leer zu sein das ist doch mal ganz gut ich habe mir ein bisschen Ruhe wo denn da oben oder was was denn Modder Modder sind schlimm hier sind die also deswegen sind sie nicht in Starfield wenn man für den schon 500 bekommt von den XP lohnt es ja so ein großer eigentlich auch kaum aber er kann von gleich länger dort der macht das am meisten Spaß ganz cool aber von den XP her ich mache ganz schön viel für so einen kleinen auch die ganze diese schlechten die ganze diese schlechten Sexwitze irgendwie also könnte man auch wahrscheinlich wollen wir den Displays sagen ja ok na gut folgen wir mal der Hauptstraße oder glaube ich Hauptstraße, Hauptstraße, Hauptstraße und dann da unten Richtung Südosten ist auch ein ganz schönes Stück weggetragen das ist Lob an die Abend Dachte ich ja schon überladen so schlimm ist es zum Glück noch nicht wie schwer so eine Feder ist eine Feder genauso schwer wie manche von den normalen Sachen ist es schon ein neuer Steingulem oder ist es nur so ein Fehler von der Leiche ich habe schon ein paar Mal gesehen dass nicht nur von Leiche sondern auch von Gegnern die man noch nicht nicht so richtig reingespawnt sind ja es war ein Fehler ich bin schon alles mitgenommen oder bin ziemlich sicher aber wir gucken nochmal nach die Kiste noch nicht aber von dem Steingulem alles gelootet oh hier hier what the fuck da habe ich schon wieder da hin und Ende ist noch eine ja ja der hat ja schon ein bisschen Schaden kassiert kann man ruhig mithelfen um ihn zu finishen und die Belohnungen abgreifen wie Loot spring mal ab müssen auch so regenerieren from there our victory is all but assured this battle will demand all our strength we must stand together if we are to see sickness kann man nicht gar nicht um die Medaillen rausfallen was ich auch habe ich nicht mitbekommen nein nein hoffe ich es nichts hä so wenig HP das habe ich echt nicht mitbekommen weil der Kampf eigentlich überhaupt nichts passiert ist die ganze Zeit das ist dann was hier da habe ich nicht aufgepasst okay okay yes das sieht gut aus das sieht gut aus ruhe Alisander wo sind es der fight hier wo sind es der fight hier kommt jetzt kommt von einem von einem von einem von einem von einem ein super super und es ist eine die 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 Okay. 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 Nutzer den bedrohlichen Blitzer irgendwie die ganze Zeit überhaupt nicht... Bin ich gar nicht ganz sicher, was ich weiß. Und.. I'll get the lesser of Tizopo worthy of fortune... More say they were blessed with you. But last, it all has to do. Ja, und wie ich da kommt, ich stelle. Ich komme jetzt so schlecht an die Schachstelle ran. Hier, ich versuche das Schachstelle, um unsere Schachstelle zu entfernen. Ich kann euch nicht sagen, ich kann euch nicht mehr sagen. Ich kann euch nicht mehr sagen. Ich kann euch nicht mehr sagen. Du bist in need of Hilfe. Ich versuche mich. Warte mal ein Moment. Ich muss auch mal regenerieren. Jetzt muss ich den Arm jauen. Nicht im Brust. Stopp, da ist der Fuß. Wacky. Was denn? Der Fußwein blöst. Der Fußwein blöst. Ich bin im Brust. Ich bin in Brust. Ich bin im Brust. Ich bin in Brust. Ich bin in Brust. Ich hab's gemacht Wacken hier. Ja, ist unseres nicht entblößt, oder? Wir brauchen die Schwachstelle. Das letzte ist am Fuß. Das ist so scheiße. Ich versuch mal festzuhalten. Au. Das hat keinen Schaden. Au. Ist ja umgetroffen. Ah, umgetreht. Jetzt, jetzt, jetzt. Uff. Ja, manch halt bestimmte Schwachstellen zu bekommen noch. Hier am Fuß ist echt nicht einfach. Okay, jetzt kommen wir mal einen flünftigen Voluten hier. Ich glaube noch Kisten. Da hinten bleibt jetzt noch eine Kiste. Ja, wir brauchen wirklich eine Pause. Jetzt gebe ich aber uns hier mühsam freigekämpft, dann werden wir jetzt auch vernünftig looten. Wo war die Kiste? Da. Ja. Es ist nicht mehr oder weniger, als was man erwartet hätte. Da kann ich dann einfach mit der Seilbahn von hier aus jetzt nach Bagbatal fahren. Oh. 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 Kann man den irgendwie herrufen? Oh. 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 Wieombination ist da hinten fett. Mit Versallen tauschen. Es geht? Ja, sehr geil. Dann mach mal Nora, danke. Nicht lang ein bisschen looten. Guck mal. Hör nicht auf. Hör nicht auf. ist ja verschiedener nicht dass wir um anders sind nicht dass ich will nach bagbata ich brauche die nach osten geht in die richtung ist die hier zu mir eleonora sorry aus sehen jetzt hier ich brauche andere karte sein waren aus uns zauberarbeit alisander ganz gut wenn man die ganze zeit nur so zauberbücher liest zwischendurch ein bisschen körperliche arbeit das auch nicht verkehrt das lagerfeuer da ist in der stadt kostet das ja wieder geld gleich mach ruhig nicht wieder nicht rausfallen waki wieder bitte passt auf passt auf so gefährlich jetzt machen die seilbahn voll kaputt ist auch dunkel uff ist jetzt auch da sagen es haben wir schon zu unserem vorteil genutzt oder würde ich so sagen so wir sind zurück in bagba tal aber jetzt noch mal mit 40 missionen sogar eine hauptquest nächsten folge wenn wir mal schauen welche missionen hier anfallen uns ein bisschen ausruhen ausrüsten vielleicht was neues annehmen neue quest und gucken einfach wie es weitergeht sind was zu tun vielen dank fürs zuschauen und bis dann schau